NEIN! Liebe Leute, ich bin Daisy und willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, dass ich eine Zeit lang ein paar Musikquizze gemacht habe und ich dachte, ey, ich hab voll Bock drauf, ich hab mega lang keins mehr gemacht. Gefühlt, auf jeden Fall. Deswegen wollte ich mal wieder ein paar Musikquizze mit euch zusammenspielen. Diesmal habe ich eins gefunden. Ich bin ein bisschen müde heute. Keine Ahnung, der Sommer macht mich müde. Schlagt ihr euch auch selbst, damit ihr wach werdet? Ich will auch immer noch gesponsert werden von Red Bull, weil ich einfach schon 100 Videos gefehlt Red Bull getrunken habe. Hauptsache, die liken auch einfach nur meinen Instagram-Post, wo ich sie anbettle, dass sie mich sponsern sollen. Und gehen nicht drauf ein, danke! Got it Red Bull, got it! Jedenfalls, erinnert euch doch bestimmt an das Video, wo ich Serienintroseraten habe. Aber da haben einfach voll viele wichtige Serien gefehlt, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich auch wiederum einfach Serien wie Game of Thrones oder so nicht erkannt, weil ich es einfach nie geguckt habe. Habe es immer noch nicht geguckt, by the way. Jedenfalls habe ich ein Video gefunden, wo im Thumbnail schon hier Prince of Bel-Air und so ist und so. Ey, das sind die wahren Serienintros, ja. Rate natürlich mit mir mit und schreibt mir in die Kommentare, welche ihr ran konntet und welche nicht. Und ja, genau. Okay. Okay, wir fangen an. Das Intro hier sieht irgendwie mega so nach YouTube 2005 aus. Das sieht irgendwie sehr oldschool aus gerade, oder? Das Video ist aber erst ein Jahr alt. So, gute Anmerkungen mit Abonnieren. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich bin bisschen aufgeregt, ready? Oh Gott, ich bin aufgeregt. Okay, Number One. Okay, ich immer alles vorlesen, was da steht. Adam's Family! They're creepy and they're cookie. Mysterious and spooky. They're all together rookie. Their houses ain't music. They really are a scream. The Adam's Family. Ey! Oh, das sind richtig alte Serien. Geil. Akte X oder so? Keine Ahnung. Irgendein UFO-Shit auf jeden Fall. Irgendein Alien-Shit. Äh. Was fällt mir denn noch ein? Akte X? Äh. Keine Ahnung. Nee, sonst fällt mir keine Alien-Serie gerade ein. Ich guck sowas auch irgendwie nicht. Aber mega die pikante Melodie. The X-Files. Ja, das ist Akte X. Huh. Ah. Mega geraten. Okay. Ah, das kommt mir bekannt vor. Ah, ich weiß es aber nicht. Full House! Nein! Nein! Das war meine Lieblings-Sendung. Oh mein Gott. Wie kann ich da nicht drauf kommen? Alter, ich hab das geliebt. Ich hab das geliebt. Ich fand Jessie einfach den Onkel so kranklustig. Ich wollte einer von denen sein. Ich wollte sie, glaub ich, sein. Sie war die Coole, ja. Ah, wie komm ich nicht drauf? Ah, und die Ozen-Twins, wo sie noch Babys waren einfach. Beste Sendung. Pins of Bear. All about how. My life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. Okay, French Pins of Bear. Meiner Meinung nach gibt's kein geileres Serien-Intro da draußen, als dieses Song. Ich hab auch die Sendung glaub ich nie wirklich geguckt. Ich hab die wirklich nur geguckt, um das Intro zu hören. Our whole universe was in a hot dance state that nearly 14... Big Bang Theory! Auch ein sehr gutes Serienintro, muss ich sagen. Daaa! Unbreakable Kimmy Schmidt, glaube ich. Das ist auf jeden Fall so vom Sound. Ja, 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 ja! Das ist auch geil, das ist auch ein sehr geiles Intro. Kennt ihr das, wenn ein Netflix-Serienintro so geil ist, dass man es einfach spielen lässt und gar nicht überspringt? Das ist einer dieser Sittungen. Ich hab immer so leicht mitgewippt und mitgesungen, I'm breakable. It's America, I'm breakable. Oh mein Gott, das kommt mir so einfach. Ah, ich weiß es nicht! Das ist aber nicht Sherlock Holmes, oder? Oder Dr. House oder so. Irgendwie sowas ist es, glaube ich. Oh Gott! Oh Mann, Mann, nee! Einmal geguckt fand ich ultra lang, weil ich nie wieder geguckt habe. Ah! The Eighteenth, glaube ich. Get out! Nie geguckt, voll geraten. Geil. You're traveling to another dimension, a dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land, whose boundaries are that of imagination. The Twilight Zone. Okay, das ist einfach schwarz-weiß. Das ist wirklich zu lange her. Well done. Geht so. Ey, aber da waren echt geile Serien diesmal dabei, finde ich. Also da waren jetzt auch so Sachen dabei, die kamen schon bei meinem ersten Teil, wo ich Serienintros erraten habe, drin vor, die habe ich jetzt rausgeschnitten, weil ich die ja schon kannte. Das heißt, checkt auf jeden Fall mein vorheriges Video ab, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, mir das in den Kommentaren zu schreiben. Und ansonsten schreibt auf jeden Fall, welche ihr erraten konntet und welche nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht ein Abo und ein Like da zu lassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Okay, was gut. Ciao. Mua. 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 Musik